Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video, bei mir Leas Spielkanal. Heute geht es um die Geschichte Die Zwei Schwestern. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Geschichte. Ein wunderschöner Morgen fing an. Aufwachen Schatz. Ja, okay, ich komme gleich. Hast du schon Frühstück gemacht? Ja, bis gleich. Ah, muss ich mich dann jetzt fertig machen. Wann musst du los, Rex? Naja, ich muss jetzt jetzt los. Okay, dann tschüss. Tschüssi. Tschüss, bis später. Bis später. Ja, hallo, wer ist dran? Hallo, die Schwester. Ähm, möchtest du vielleicht zu Koffi und Kuchen zu mir kommen? Ja, klar, ich komme sehr gern. Bis dann. Bis dann. Bis sie dann dort ankam. Ding, 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 ding. Hi, Schwester. Hi. Und wie geht's dir so? Mir geht's ganz arg gut. Und dir auch? Ja, mir geht's auch gut mit Rex. Ist halt bloß auf der Arbeit schon wieder. Wer ist denn das? Ach, das ist meine Freundin. Die wohnt hier auch in unserem Haus. Ja, in meinem Haus, eher gesagt. Stimmt, weil du mietest uns das ja. Ja, das stimmt. Echt lecker, der Kaffee. Ja, bitte. Ach, sie kommt jetzt runter. Okay. Hi, Leute. Ich bin die Freundin von deiner Schwester. Und ich bin echt froh, dass ich dich jetzt mal kennenlerne. Ja, ich auch. Und ja, du kannst gern mit Kaffee trinken, wenn du möchtest. Ja, das ist okay. Ja, klar. Gar, gern. Ach, hier ist jetzt die Tasse. Oh, danke. Ach, jemand ruft bei mir an. Ja, hallo. Wer ist dran? Hallo? Hallo, Chiara. Ah, hi Rex. Was ist denn? Gehst du jetzt bitte wieder nach Hause? Unsere Katzen warten und die essen uns vielleicht alles auf. Und jetzt kommt gleich meine Lieblingsserie im Fernsehen. Die musst du mir bitte aufnehmen. Okay, mach es. Ich muss dann jetzt nach Hause. Ich fahr dann jetzt gleich nach Hause. Tschüss. Tschüss. Ich muss dann jetzt auch wieder nach Hause. sich um meine Katzen kümmern. Und vor allem mein Freund will unbedingt diese Sendung sehen. Und die kommt halt um die Uhrzeit, wo er halt nicht da ist. Also muss ich die für ihn aufnehmen. Ja, okay, gut dann. Bis morgen vielleicht. Ich muss dann jetzt gehen. Du kannst auch später noch zum Kaffee vorbeikommen mit deiner Freundin. Vielleicht. Ciao. Als sie dann zu Hause ankam. Okay, dann nehme ich jetzt diese blöde Serie für meinen Freund auf. Wie geht's dir denn, Mausi? Anscheinend gut. Und dir, Kitty? Dir auch. Gut. Dann filme ich jetzt diese Serie. Als sie fertig mit der Serie drehen war. Drei. Ach, wer sind das jetzt schon wieder? Hallo? Hallo? Ah, hallo. Ich bin Schwester. Kannst du heute bitte heute Abend um 6 Uhr bei mir sein? Aber genau um 6 Uhr. Okay. Soll ich mich irgendwie schick machen oder so? Oder nur was ganz Normales anziehen? Einfach irgendwas anziehen, okay? Das kannst du auf deiner Wahl machen. Einfach um 6 Uhr bei mir sein. Ja? Okay, bis dann. Ciao. Als es in 6 Uhr war und sie sich entscheiden musste, was sie anzieht. Hm, was soll ich denn anziehen? Soll ich das anlassen, was ich hab? Soll ich den Dienstrock anziehen? Soll ich den gepunkteten Rock anziehen? Oder soll ich das Kleid, das pinke Kleid anziehen? Oder ich zieh das ganz normale Outfit an? Ich glaube, ich zieh das ganz normale Outfit an. Ja. Dafür entscheide ich mich. Das gefällt mir doch. Das zieh ich an. Jetzt muss ich mir nur noch eine passende Tasche aussuchen. Also ich glaube, einen von denen wird's auf jeden Fall nicht. Ich glaub, ich nehm die ganz normale Schwarze. Letztendlich fuhr sie dann zu ihrer Schwester. Um Punkt 6 Uhr. Guck. Hi. Hi. Komm doch rein. Okay. Also was willst du denn jetzt? Also, Wax und ich und meine Freundin, die da hinten sitzt, haben beschlossen, dass wir dich ins Kino einladen. Oh, ist das cool. Dankeschön. Bitte. Also dann, Leute. Das war das Video. Aber es ist natürlich noch nicht zu Ende. Es gibt für euch noch einen zweiten Teil. Mit dem Kino. Ja. Und wie ihr schon hört, ich hab einen Gast bei mir. Aber ich... Also mein Gast heißt Luna. Sag mal Hi. Hi. Und wir haben euch das jetzt gedreht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum Teil 2. Tschüss. 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 Vielen Dank.